Okay, es sind mal andere, auch Human Night Elf aber wieder, dieselbe Map wie gerade. Komisch. Ja, dann nochmal, wir sind Creepen erstmal oder was? Ja, ich mach halt diesmal direkt die Karte. Die ist ja schon recht groß, die Karte. Absolut, ja. Als von dem Weg zu uns. Also falls ihr diesmal scouten könnt, das wäre schon, also wenn ich den hier würde schon reichen. Auf jeden Fall. Die verdammten stehen bereit, blutvergossen werden, mein Schicksal ist besegelt. Gut, na denn, Runde 4 war eine sehr schnelle Spieler, also bis 18 Uhr könnten wir tatsächlich auch Rang 1 schaffen und so weiter wirft. Ja. Unfassbar. Aber es gibt auch wieder Cheetah, ich habe schon die Top-Listin mir mal angeschaut, also irgendeiner mit eine Million Wins und Null Looses und so. Steht technisch. Einer Million Wins? Irgend so was, eine abstrakt hohe Zahl war da. Okay. Ja krass. Ich bin ja nicht so gut in Mathe, aber eine sehr hohe Zahl. Ich auch nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Es ist mehr Gold erforderlich. Mein Leben für Nersu in Beschwörung. Ah, ich habe den Nachtelfen bei mir aus. Okay. Amores heißt da. Amores ist der Human. Geht das nicht? Stats, Amores. 30 Wins, hier 20 Niederlagen. Okay. Also nicht so gut. Weiß ich nicht genau. Vielleicht ist das ja hier gut. Gleich. Ich weiß nur noch im 2 & 2. Äh. Da ging es eigentlich immer rechts. Oh. Was? So. Auch 30. Okay. Wir haben alles zusammengespielt. 30 gegen 20. Ein Team. Eure Befehl Meister. MMR von 5386. Ja. Weiß ich nicht. Okay. Ich spiele Mountain King first. Erstmal. Ach, das ist auch irgendwie ein absolute Meta. Das macht hier jeder, habe ich das Gefühl. Im 101 auch. Das ist mit dem guten alten. Ja, ich habe schon ein paar Spiele gesehen. Ja. Von dem. Die Beschwörung ist irgendwie geschlossen. Was ist mit dem guten alten Archmage passiert? Eine Sache muss ich nochmal anmerken. Wow. Eine Sache muss ich nochmal anmerken. Äh. Die Beschwörung ist irgendwie geschlossen. Ja. Das ist auch hier für die Zuschauer. Also benutze doch mal bitte deine Mondbrunnen ein bisschen öfter. War das? Wie oft nach irgendwelchen Fights. Äh. Alle Bären Low Mana. Und äh. Deine Mondbrunnen so seit 30 Minuten voll. Und äh. Ja. Alle haben 70-80% HP. Und dann gehst du halt einfach wieder los. Ja. Ich meine. Ich benutze die doch. Ich lasse die immer für den Notfall. Weißt du. Das ist. Ja. Ich bin halt manchmal so. Die Notfalle sind 20 Minuten voneinander entfernt. Dann werden die wieder voll. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Absolut. Ich hab gedacht. Die hat 80% seine HP sind nur da. Und ja. Es gibt einen neuen Ring. Ring der Überlegenheit. Habe ich gerade gefunden. Erhöht Stärke, Wirklichkeit und Intelligenz um eins. Endlich. In Ordnung. Spürt meinen Zorn. Ja. Meine Rache gehört euch. Okay. Also das merke ich mir. Äh. Ne. War nur so ein bisschen. Ne. Ist ja wichtig. Dann hast du dich auch noch aufgeregt. Oh meine Bären haben so wenig Mana zu zaubern. Wegen der Heilung. Ja. Ne. Die regenerieren so langsam. Das ist. Ja. Ja. Ich will die auch für die Bären nicht nutzen. Weil die auch so viel Mana fressen. Wenn die die Munko nutzt. Ja. Das äh. Ich bin ja nicht der Nachtelf-Experte hier. Ach du. Das wird schon wahrscheinlich. Wird schon wahrscheinlich so sein. Hm. Ich hab ne Claw schonmal. Für dich. Oh ne Claw. Plus 4. Gabs früher plus 4. Wann ist es nur nur 369. Kann sein dass die. Ja. Kann sein dass die da auch was. Stimmt war. Ja. Eigentlich nur die. 369. Aber äh. Ich geh mal um die Axis Garten. Ich brauch mal wieder meinen Shop ein bisschen früher. Ja. Ähm. Okay. Ist nix. Ne Eisenpullem. Zwei Eisenpullems. Oh jetzt. Na gut. Okay. I guess. Ich creep dann jetzt. Ja. Ja. Das ist. Kannst du den aktuell nicht mehr aussuchen. Das. Sucht sich der Creep aus. Ich hab nen Demon hat der Level 3 hier. Holy shit. Der ist aber fast. Ich bin grad bei Level 2. Naja. Ist mal zurückziehen. Für den Lichtkönig. Einen Augenblick. Meine Geduld ist erschöpft. Der Creep kam hier ein bisschen früh. Aber ich krieg ihn noch durch. Muss irgendwas großes gecreept haben. Keine Ahnung. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen. Tambulation. Okay. Ja. Ich brauch ein bisschen länger hier. Ähm. Mit dem Heilen. Der Creep. Mit dem Heilen. Der Creep. Wenn ich halbwegs nen Block hinkriegen würde. Natürlich nicht. Meine Rache gehört euch. Ich kann mich aber mal so in deine Richtung bewegen. Ah die blocken auch. Geil. Okay. Wir haben Gegner gefunden. Okay. Für den Lichtkönig. Ich bin die Dunkelheit. Auf in den Kampf. Ich will doch mal gucken dass sie nicht ne Echse haben. Ne doch haben sie ja. Guck mal. Echse. Oh ja. Ich bin schon ein Jahr in den Tower. Ich bin wieder unter den Lebenden. Das war halt. Oh. Ist das der Mountain King? Ist das Level 5 oder? Hier ist der Human. Der ist am Shop hier rechts. Ich brauch kurz Level 3. Kommt der Dino. Der ist jetzt bei dir. Wo ist der denn? Ist der wieder umgedrängt? Ich muss erstmal abhauen. Lass mich. Ich hab hier... Alter... Blockt... Alter großes. Kal tú. Krass wie ein Meister. Ich komm hier von hinten in den Nightelf rein. Ja. Tricom. Errichtet mir Ciqueован. Ihr habt gerufen? Bein er so... Überaterialung. Auf der Schlacht hier gekommen. Ja der wieder völlig anderleddet. Ich bin die Dunkelheit. Vorsicht Damper. Meine Geduld ist erschöpft. Wo soll mein Blut vergossen werden? Meine Rache gehört euch. Spürt meinen Zorn. Na gut, in the end. Haben sie keine Units mehr. Ist ja wahrscheinlich auch relativ egal. Nämlich um. Ich hab noch ne Keule gleich. Aber er ist Lose 1. Nochmal. Windwalk? Ne, wa? Nein. Ich versuche ihn zu blocken. Ah, ist zu fest. Er setzt die ganze Zeit an, aber er kriegt es nicht hin. Ach, einer der Mondbrunnen nutzt. Ja gar nicht. Ja die haben die Echse. Ja, wollen wir unsere Echse frei creepen und dann gehen wir gleich drauf. Schauen wir mal. Zumindest die Option haben. Geht zu Echsen. Die Beschwörung ist ab. Ich beuge mich eurem Willen. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Rache gehört euch. Ich habe mich in Asol verschworen. Höher! Die ersten Trianen sind da. Ihr habt gerufen. Ich habe mich in Asol verschworen. Ich schwelle mich. Meine Geduld ist erschöpft. Meine Rache gehört euch. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Euch stets zu diensten. Wir habt gerufen. Meine Geduld ist erschöpft. Euch stets zu diensten. Meine Rache gehört euch. Euer Befehl. Du nimmst am besten die Echse, ne? Oder? Wie du willst. Der Handelt kann damit ein bisschen mehr empfangen. Ich creep noch mal unseren Shop hier frei. Ja, die Clou wollte ich dir noch geben. Ja krass, das Skillniveau hat sich schlagartig verändert. Ja, nach den drei Free Wins ist das ja schon okay. Muss man ja auch mal sehen. Ist es ja, ist es. Gibt es auch Healing Way. Nee. Mann, Scroll. Ja. Machen wir Go, oder? Ja. Wollte ich auch sagen. Machen wir die Clou noch jemand? Äh, ja. Glow of the haste, alter. Jo, ich kann dir hier den krassen Ring geben. Gib mir mal den krassen Ring. Ring of the Arkman. Oh, ja, push dich. Schaffst du's alleine? Ja, ich denk schon. Es ist nur so'n Economy Push. Dann geh ich auf den Human direkt. Äh, ich hab hier trotzdem egal. Du hast eine Hälfte Units hier verloren in der Mitte. Oh, ja. Hä, ich hab die doch vom Blade Master geschehen. Na gut, ich geh sofort wieder los. Ich habe mich nervös. Ich habe mich nervös. Ich bleibe wachs natürlich nicht so'n anders. Ich wünsche mein Schicksal ist, bis ich meine Gedäuert erschaffen. Ich habe mich nervös. Die AC3 mit drei Barracks, zwei Barracks. Hast du ein bisschen Holz eigentlich über? Äh, das ist ja. Ich komm aber jetzt. Ich hab kein TP, aber... Mein Gott. Meinst du brauchen wir nicht? Ja, ich hab kein TP. Also, ich hatte jetzt keine Zeit, eins zu kaufen. Ich mach ein bisschen Platz. DH ist groß. Durch meine Atmen. Durch meine Atmen. Meinst du nicht? Ich hab mich wohl verschlafen. Ich hab mich wohl verschlafen. Meine Geduld ist verschlafen. Meine Geduld ist verschlafen. So, mit. Ich hab ein MK hier noch im Arsch. Aber den hole ich mir gleich gleich. Ach, da hin. Ja. Meine Leuchte wird bald falsch. Feierfälle. Ich bin dunkelhaft. Wo ist mein Blut vergossen angegriffen? Ich bin mir nur geschlossen. Es ist mir Glück. Da wir müssen mit meinem Blademaster. Mein Blademaster ist... Warte, 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 wenn ich durchkomme. Wenn ich durchkomme, hab ich einen Heildrang für dich. Ja. Passt. Nice. Danke. Jetzt kommen die Trials erstmal raus. Ja. Wiederblademaster. Boah, ne WM. Ich geb dir TP. Ja. Ich fasse dich zu rennen. Ja, ich TP. Ja, perfekt direkt. Ja, denkeschön. Ja, das war gut. Wir sollten gleich Rego machen. Ich hab noch mal ne Abo gebaut. Desis Comets. Exit wird gebaut. Ja, passt schon. Haben wir gut gemacht, glaub ich. Ja, ich hab's auf die Linge verschworen. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Ihr habt gerufen. Ihr habt gerufen. Ihr habt gerufen. Was ist das für ein Ring eigentlich? Was kann denn? Der ist wie stark irgendwie. Das ist ziemlich mächtig. Oh, plus drei alles. Mal den Litsch vielleicht. Leitet mich. Ich habe mich. Meine Geduld ist erschaffen. Meine Abo. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschaffen. Was sonst? Holz? Äh, ne geht grad. Aber da nehm ich natürlich. So, da sind wir wieder. Servus. Wir kommen auf den Caster. Wir kommen auf den Caster. Die Beschwerung ist abgeschlossen. Auf in den Kampf. Meine Geduld ist erschöpft. Ich habe mich nervös. Ich bin die Dunkelheit. Hat der nicht hier einen Helden verloren gehabt? Oh ja. Nein. Ja, ich würde sagen, gehen wir hier. Wohl die extra. Die fighten, die fighten. Ja. Ich heile. Okay. Und jetzt läuft er von hinten an. Das ist ja keine Heile. Passt, passt, passt. Das ist ja keine Heile. Passt, passt, passt. Kriegst noch Frost Aura. Ach, komm, lass mich in den Mund vor. Ich fokuss die Minhafter. Ja. Er hat kein TP. Ja, ich tipp raus. Ja. Ja, ja. Ich nehme noch alles mit, was geht. Ja. Oh, der hat schon gelieft. Okay. Gut. Puh. Hey, war doch gut. Ja, Makro könnte auf jeden Fall besser sein als ich gerade. Alles gut. Ach, ganz ehrlich, du hast das so gut weggetankt. Also ich hatte echt ein einfaches Spielchen, muss ich sagen. So soll das sein. Ja, mit der Kohle noch Berge fressen und so zwischendurch. Ja. Aber die hatten vergleichsweise genau so viele Punkte wie wir. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Also ich weiß nicht, der war halt wirklich. Demon hat dann direkt Level 3 direkt bei mir. Das war krass. Der war echt fast. Aber ich hab auch die blöden grünen Creeps gemacht. Macht man die wahrscheinlich nicht. Äh. Weiß ich nicht. Die hab ich auch gemacht. Ja gut, aber der war halt. Ja. Das hab ich falsch gemacht. Äh. War das nicht das vierte Spiel schon? Das war das vierte, ja. Wenn mir hier drei... Stimmt. Ist das für ein neuer Hack oder was? Chaser-Mannage. Nein.